Halleschön YouTube, ich begrüße euch zu Teil 3 meiner Let's Play Reihe Anno 1800 Closed Beta und wir machen da weiter wo wir gestern stehen geblieben sind, nicht wundern, dass hier das ein bisschen weitergelaufen ist, also dass hier die Ressourcen nicht mehr ganz so passen, es liegt daran, dass das Spiel nicht so richtig pausiert, wenn ich mal was anderes mache und dann hier alles im Hintergrund weiterläuft. Auf jeden Fall, wir sind gerade dabei die Quest hier noch zu lösen, wir sollen Artefakte finden, soweit ich das verstanden habe, von Sir Archibald Blake und das machen wir doch. Parallel habe ich mir heute zum Ziel gesetzt, die Anforderung von meinen Menschen nach Wurst zu erfüllen und gegebenenfalls weitere wirtschaftliche Probleme zu lösen. Ich gucke mal, wie es bei den Ressourcen entsteht. Ja, okay, Fisch wächst nicht mehr so konsistent und ich muss mal meine Kartoffel-Plantage ein bisschen vergrößern, aber ich will die halt auch nicht an. Platziere ich die vielleicht um? Ja, mal schauen. Wie viel verdiene ich denn? 292, ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich kümmer mich jetzt erstmal um meine Alkohol-Probleme. Ja, okay. Ähm, und ich akku... Ich bestimme... ...dass das hier hinten mein Landwirtschafts-Distrikt wird. So. Ihr kriegt jetzt erstmal Farmen. Okay, das ist interessant. Dann kriegst du jetzt hier noch eine Farmen. Und dann kriegst du noch eine Farmen. Achso, ich verstehe. Das muss immer da dran sein. Ah, warte mal. Dann verschiebe ich den hier mal. Ah, okay, jetzt habe ich, glaube ich, eine ganz gute Bauweise raus. Ah, cool. Jetzt, jetzt, jetzt sieht es doch nach Landwirtschaft eher aus. Nach einem guten Landwirtschafts-Distrikt. So, die haben auch alle wirklich 72, ja. Okay, dann platzieren wir als nächstes eine Straße hier ran. Und am besten auch ein Warenhaus. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. So. Ja, so ist vielleicht nicht am besten. Dann könnte ich da hinten auch noch die Lebengrube mit erschließen. Gucken wir mal so. Okay. Dann platzieren wir jetzt die hier um. So. Platzieren die hier mit an. Und bauen die mal schönere Felder. Ah, cool. Ah, nee, wir bauen die mal so. Dann haben wir... Ziehen wir gleich über den anderen Landwirtschafts-Distrikt noch drüber. Muss ja schon ein bisschen auf was aussehen. Das ist mir noch hingemacht. Okay. Und dann bauen wir noch ein. 200, 200. Oh, die kosten aber wirklich nicht viel, oder? Ah, nee. Ich muss doch das ganze Feld hier anwählen, um... Ups. Um da was zu löschen. Gucken wir mal ganz kurz nach der Quest. Ah, da ist es, glaube ich, auch schon die Quest. Genau, und wo muss ich jetzt hin? Zu Archibald, das weiß ich auch. Ich glaube, das ist der hier hinten. Ja, genau, der hier hinten. Da muss ich hin. Sehr gut, dann haben wir die Quest auch schon... ...ge... ...gelöst. Ups, da war gerade ein Händler. Sehr schön. Gut, und jetzt geht es hier weiter mit den Feldern. Nee, die müssen schon irgendwie ähnlich aussehen. Ja, machen wir mal so. Ja, jetzt sieht es schick aus. So, und dann bauen wir mal den hier noch... ...rum. Die müssen nur mit einem Haufen verbunden werden, ich weiß. ...sonst bringt das mir nichts. Oh, hab ich jetzt... ...da hab ich das. Ups, was war das? Das wollte ich so gar nicht. Okay. Jetzt. Jetzt sieht's doch vernünftig aus. Ja. Ja, 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 kann man so sagen, glaube ich. Hm? So, Kartoffeln gehen da raus und Alkohol geht da auch raus. Oh, oh, nicht gut. Ja. So, jetzt fahren wir mal zu unserer Hauptinsel wieder zurück. Um dort... ...ein paar Ressourcen aufzuladen. Und hier wachse ich gleich am besten wieder ein bisschen. Hm. Nee, ich... ...ich versuche erstmal die Ressourcen zu stabilisieren. Und hier mache ich natürlich einen Vorzeige landwirtschaftlichen Betrieb draus. Wie in Nordkorea. Ich baue hier eine gepflasterte Straße, dann geht alles ein bisschen schneller. Oh, es geht wirklich schneller. Schön. Wir sind alle voller! Gucken wir mal. Now... Ach, Kleidung sieht auch gut aus. Oh, oh. Jetzt bin ich auf den Desktop flogen. Das sollte natürlich nicht passieren. Das Spiel lässt sich nicht mehr starten. Bitte? Nein, jetzt. Ja, verzeiht mir, der kurzen Desktop... Nee, das Spiel will nicht. Jetzt. Okay, verzeiht mir. Da durfte ich dir mal meinen schönen Desktop-Hintergrund erspänen. Ähm. Passiert. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen Sensibilität hinterher. Also ich muss auch gestehen, ich habe hier zwei Bildschirme. Also ich muss sehr aufpassen, dass ich in diesem einen Bildschirm hier drin bleibe. Wir können ja mal kurz in die Grafik anstellen und gucken. Vielleicht kann man da was einstellen. Was? Joa, nee, kann man nicht. Also ich habe schon Vollscreen. Weil es gibt Einstellungen, da rutscht der Mauszeiger nicht aus dem Bildschirm raus. Das finde ich sehr anstrengend, nämlich. Okay, und hier kann ich sicherlich noch so ein Ding hinbauen. Warum passt das nicht? Nee. Ah, okay. Das ist doch nix. Aber warte mal, ich glaube dann mal. Ah, ich brauche mit dem Ding nicht so viel Platz. Und günstig. Dann bewegen wir das mal. Hier nochmal ein Millimeterchen. Game save. Nee, daran liegt es nicht. Ach, weil da... Ah, verstehe. Weil da ein kleiner Weg ist, den ich nicht gesehen habe. Dann schieben wir das da wieder ran. Also. Und dann müsste es gleich viel besser aussehen. Anschluss. Ich schließe hier nämlich gerade, dass hier die Arbeitskraft ein bisschen fehlt von den Farmern. Dann bauen wir mal gleich noch ein neues Wohndistrikt für meine Landbevölkerung. Und hier das bauen wir auch nochmal so. Und jetzt... Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt mein Cappuccino gewesen. Und das gleiche tun wir doch hier drinnen auch nochmal. Also wir sehen, uns fehlen hier nämlich ein paar Arbeitskräfte. Und zwar fehlen uns genau 25. Und das ist nicht gut. Aber es scheint zu sinken. Ja, ich bin ja auch gerade ganz schön gewachsen hier in der Produktion. Guck mal. Ich kümmere mich mal lieber nochmal ein bisschen um Nahrung. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt brauche ich nur meine Worker. Ich brauche Soap. Was brauche ich denn für Soap? Das kann ich gar nicht sagen. Steel. Okay. Ähm... Jetzt... Oh. Gut, hand ich jetzt hier. Ach so. Ich brauche Holz. Joa, ich glaube Holz reicht eigentlich. Dann nochmal Holz. Und... Joa, das wird eigentlich reichen. Flagship erwartet Instruktionen. Ähm... Tja, welche Insel nehmen wir denn jetzt hier? Was soll denn eigentlich der Sinn und Zweck dieser Insel sein? Äh... Das weiß ich nicht. Ja, was wächst denn... Oh, jetzt habe ich mich hier schon hingestellt. Was wächst denn eigentlich auf meiner Insel? Das finde ich... Weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie nicht ganz sinnvoll gelöst, dass ich nicht sehe, was hier wächst. Vielleicht wächst hier alles. Ach, da unten. Ah, hab's gefunden. Hier wachsen Kartoffeln. Ah, okay. Dann Weizen, dann Paprikaschoten. Hier wachsen... Oh, also so Hopfen für Bier. Hier könnte ich sowas wie Leder herkriegen. Ach, hier könnte ich Nitrit, also Salz. Hm, dann nehmen wir mal doch am besten diese Insel da hinten. Hopfen, Paprika und... Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich das benötigen werde. Ja, hier ist eine schöne Hände. Habe ich überhaupt hoch? Oder hat das eine Steilküste? Ja, da hat es eine Steilküste, aber... Oh, da werde ich angerufen. Oder auch nicht. Ja, das wird doch nicht angerufen. Das ist alles. Das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Oh, impeccable Timing, wie immer. Scarecrow of Sausage in San Sebastian, die schämt für Missmanagement-Levels. Ähm... Ich... Ich habe gar keine... Ähm... Gar keine Würstchenproduktion, aber danke. Hahaha. Ähm... Okay. Ja. Das erhöht die Happiness und das Seil sinkt halt meine... Ähm... ...Lied Importance. Achso. Bedürfnisse. Die Steinen. Könnte ich hier auch was anderes... Für sich meine Punkte... Hm. Ich lasse das mal so. Ich nehme mal... ... einen negativen Beitrag. Ich hoffe auch, gute und truthvolle Nachrichten. Okay. Game safe. So. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen drüben. Und jetzt könnte ich meinen Arbeiter neue Jobs beschaffen. Okay. Ich mache mich jetzt endlich an die Würstchenproduktion. Ich glaube, Würstchen braucht man immer. Die kommt am besten hier irgendwie in die Nähe. Ich stelle das jetzt erstmal hier mit dran. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Felder ich brauche und wie groß die sind. Ah, so groß sind die. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. So groß sind die. Dann brauche ich mal gleich noch zwei da nehmen. Eins. Zwei. 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 Vier. Zwei. 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 Oh, da werde ich wieder angerufen. Jetzt muss ich ganz kurz mal aufhören. Hallo YouTube, ich begrüße euch wieder zurück. Ich musste das Spiel leider kurz unterbrechen, weil ich angerufen wurde. Und bin dabei zurück zum Titel, also zum Hauptmenü gekommen. Und dabei hat er nicht alles gespeichert. Und jetzt sind wir ein paar Sekunden zurück. Ist aber nicht ganz so wild. Und zwar, wir befinden uns immer noch in unserer Stadt. Hier ist mein Kolonieschiff angekommen. So, jetzt muss ich nur noch ausführen, wie ich hier... Oh, da sehe ich doch schon einen Heber. Ach, jetzt fehlt mir Stahl. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Okay, dann muss ich nochmal zurück, mein Schiff. Und mir Stahl einladen. Ich habe nur 10. Okay. Danke. Da unten hatte ich Zink. Da hatte ich Eisen. Das müsste ich dennoch verbessern. Dann hätte ich Stahl. Okay. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie die Würstchenproduktion... Ach, die Würstchenproduktion hat er gar nicht gespeichert. Das ist ja ärgerlich. Zwei. Drei. Eins. Drei. Drei. Eins. Drei. Vier. Mist. Mist. Das muss ich mir hier auch... Hm, 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 hm. Kann ich das auch weiterbewegen? So. Wie viel sieht der Abstand hier gering aus als der... Achso, das sind eins? Nein, das sind zwei. Also das sind zwei und das sind eins. Machen wir das auch mal so. Okay. Ja, es ist okay. Und damit... Was ein bisschen was für die Schönheit da ist... Machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Oh Mann. Okay. Und dann kommt da noch... Die Schweineproduzenten. Also unsere Fleischerei. Das wird auch vieler gepflastert. So. Oh, meine Arbeiter gehen mir aus. Dann... Und dann fährt mir auf, dann gehen mir schon wieder fast die Bauern aus. Und dann fährt mir auf, dann fährt mir aus. Hm. Okay, das Handelsmeni finde ich jetzt irgendwie ein bisschen umständlicher als früher. Muss ich gestehen. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich fand es auch nicht schlecht, dass damals noch ein Button angezeigt wurde, wo man es... Dass man jetzt ein Kontor platzieren kann. Jetzt hast wir diesen Schatten. Ja, sieht gut aus. too many transporters. Okay. Ähm, mit der Straße kann ich da auch nicht viel machen. Aber ich weiß, dass ich das Ding hier auch wussten kann. Jetzt kommen wir jetzt mal zu meinem Transporter-Problem. Hm. Muss ich mal überlegen, kann ich das vielleicht... ...die Situation verbessern? Ich erzeuge mir jetzt gerade selber so einen kleinen Flaschenhals, das ist ein bisschen ungünstig. Okay, dann lasse ich mir noch was einfallen. Hm, ich gehe jetzt mal gucken. We look out for each other here. Ah. Kann ich hier irgendwas einstellen? Wir brauchen etwas zuerst. Holzfilt, ja? Gegebenenfalls noch einen Holzproduzenten bauen. Ja, besser nicht. Lassen wir mal erst mal. So, wie geht das mit dem Sausage? Die Produktion geht langsam los. Hier, Schwein. Oh, jetzt ist das hier wieder abgeflaut mit den Transportern. Hm. Okay, jetzt ist mein Kolonischhals angekommen. Okay. Okay. Jetzt ist mein Kolonischhals angekommen. Das wird jetzt eine eher kleinere Insel-Bevölkerungsgruppe haben. Okay, das wird jetzt eine eher kleinere Insel-Bevölkerungsgruppe haben. You reached a new milestone. Wir haben nicht genug von uns. Okay. Dann baue ich mal hier gleich nochmal ein Viertel dazu. Dann habe ich hier auch gleich glaube ich genug Almo, ne? Okay. 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 Gucken wir mal. Okay. 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 Das war's für heute. Hm, da verstehe ich nicht wieso ich mich bauen kann. So. Ich baue mal jetzt noch ein Bahnhaus. So, dann brauche ich... Ah. Na, gucken wir doch mal, ob das so funktioniert. Jetzt mache ich auch minus 16. Gucken wir mal, wie hier drüben alles läuft. Gucken wir mal, wie hier drüben alles läuft. So, haben wir hier auch schon gewisse Einwohnerdichte. Was fehlt mir denn jetzt, der Fisch? Und dann noch mal Arbeitskleidung, Clothing. Da werde ich wohl noch ein zweites Schiff gebrauchen können, weil das produziere ich ja da schon. Segel muss ich dafür produzieren, okay. Dafür brauche ich Wolle und Wolle kann ich, glaube ich, überall anbauen. Genau. So, dann habt ihr gesehen, oder wir haben jetzt eher gesehen, dass jetzt eine zweite Insel kolonialisiert wurde. Harvisham. Und hier auch unser kleines Dorf steht. Parallel dazu sind wir hier natürlich einiges expandiert. Wir haben jetzt hier unsere Felder und unsere Fabriken. Die sehen wir ja hier so unten. Und es bildet sich so langsam eine kleine Nation raus. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viele Einwohner habe ich denn auf dieser Insel? Das würde mich auch mal interessieren. Achso, 1281 und hier drüben haben wir 248. Also ja, es bildet sich langsam was kleines. Und es ist schön. Das gefällt mir. Es ist ja immer noch ein sehr schönes Spiel. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns doch in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.